Prozent 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 in dem wo sie mir jetzt sie die Handkeit Arne wenn ich bald ehemaligen und Eizweiß erchen um 10 Mann aber dass wir der geiler Dorfbewohner Hallo, wir sind sehr glücklich, okay, ja, ich glaube, Bergarbeiter haben wir da hinten, glaube ich, genau, wir wollen so Kisten bauen, glaube ich, ja, das stimmt sogar, da vorne, hä, da ist der, da ist der Bergarbeiter, oh, 12 Flaschensteine, nehmen wir doch gerade ein, er braucht Fackelfüsse, das ist doch sehr schön, und, ah, das geht nicht, okay, die Umitems nehmen wir wieder mal weg, so, und, so, und, vielleicht hören wir jetzt gleich wieder meine Familie, oh, kack, alter mal, ja, sie sind wieder ein bisschen laut, sie schreien eine ganze Zeit rum, sorry, dass man sie vielleicht gehört, aber ja, leider, kann man halt nicht sagen, sie sollen ruhig sein, also, das ist immer so, ich sage sie immer wieder, aber sie sind immer noch ruhig, ja, heute habe ich keine Gäste dabei, nicht mehr die zwei Kollegen, nein, leider nicht mehr, heute, ja, weil jetzt fast schon zu Nacht ist, und es regnet gerade bei uns ein bisschen, oh, schon, doch, doch, schon ein bisschen, schon ein bisschen, und es schmeckt sogar noch, regnet auf, die lerne nicht aufzumachen, es ist ein bisschen gestört, aber ich finde einfach gut, also, wenn es leicht regnet, und ein Hühnchen, juhu, danke, und ja, jemand hat mir geschrieben, ich soll Schweizerdeutsche, let's play, mal, und jemand hat geschrieben, Hochdeutsche, ja, mit einer Hochdeutsche, ich muss noch studieren, also, ich glaube, let's play, mal, in meinem Hochdeutsche, ja, in meinem Hochdeutsche, Hochdeutsche, ähm, sondern nur Tutorials, oder, Mod Review My vielleicht, tut, ähm, Hochdeutsche, oder, ähm, Vorstellung, wie man das auch immer sagt, und eben, dann kommen wir, holen wir jetzt kurz, also holen wir nicht, wir machen jetzt kurz zwei Kisten wieder, so, ähm, wir gehen da schon wieder genau so, mit einer Fackel, oh, wir haben jetzt wieder keine Fackel, Mann, das reizt, ein Stick ist immer genau so wenig, that's meiss, das ist sehr meiss, das ist sehr meiss, ah, also, ok, nein, auch gefehlt, und ja, mit meinem ersten Mod, Vorstellung habe ich schon gefehlt in der Tab, ja, für den Timbermod, Brunner Ding, Brunner Modloader, ich habe es noch hergeschrieben, kommen, ähm, oder in der Beschreibung, und ich habe es sogar auch noch geschrieben, im Video drin, ja, und ich hoffe, dass ihr es gesehen habt, und ich weiß nicht, ob jetzt Nacht wird, weil wir das jetzt anscheissen, wenn es Nacht wird, mal kurz auf, easy, nicht, dass wir gleich sterben, wenn Monströs angreifen, und, wir dürfen nicht vergessen, dass ihr jetzt einmal, das Ding anmachen sollt, wir dürfen nicht vergessen, zum, ja, zum, zum unser Dorf, zum unser unser Dorf, unser Neues, anschreiben, also, Wegpoint, Mann, dass wir wissen immer genau, wo es ist, aber, ööö, komm, Schlacht da, Schlacht da, Schlacht da, Go, Tossi, Go, Tossi, Tossi, ah, es sieht anders aus, es sieht anders aus, aber es ist mir nicht egal, essen, haben wir essen? Weiß jetzt nichts, yes, haben wir, sehr schön, und wir haben echt ein wenig Essen, habe ich bemerkt, wir sind ein bisschen nach am, am verhungert dran, meine ich fast, ist ein bisschen schade, aber ja, wir haben ja kein Essen, doch Fleisch hätten wir schon irgendwo hier noch mal eins und hier noch mal eins und hier noch mal eins und jetzt die Typen müssen jetzt hier in die Kiste und genau jetzt hat es Steve Jackson hat jetzt die Kiste übergenommen und Dorothee Miller auch er hat immer noch nichts und der Typ soll jetzt Holzfäller werden glaube ich ja ja Holzfäller machen wir doch auch hier ein Holzfäller genau da her hallo Bluthaus und jetzt sollte der Typ nicht kommen ja und es klappt ich glaube er braucht von uns noch Axt und los geht's mit dem ok da hat er uns nichts mehr gegeben schön wie der Abächer sehr schön boah ist ja immer schön 7 Holz braucht er natürlich hat er wieder kein Holz der Siach alter ist ja immer so man einfach nie Holz man ah und da habe ich kurz das da noch abfällen den Baum da so und der da haben wir auch ein bisschen wieder für ein bisschen lang zu halt weil er wieder braucht komm nimm doch alles man so bist du zufrieden du schwöre ich ja jetzt gar nicht schnell ja jetzt haben wir da los ähm der Typ hat den Unterkunft ich hoffe es schon und sonst könnte man eigentlich noch mal so ein geiler Minersub machen ja später und wie viel hat er schon sehen wir nicht 5 Holz man yeah cool wo ist jetzt die Bauarbeiterin ah dort ist er wieder der Junkie 53 53 53 Grasblöck und 20 Holz ähm ok er braucht Erde und Holz hat er eigentlich auch also er braucht viel Holz man hm ist ein bisschen schwul dass er so viel Holz braucht und die reklamieren natürlich wieder aber ich nicht auf Englisch verstehen ist mir egal ähm Flakka Ohr Alter Mann ja Schädel so geil was die man da hin oh my god danke vielmals Tüple oh immer essen Mann das ist schon chillig Mercier Dorfbewohner ich glaube sie schwöre mich egal ist mir so egal ähm ja Mama ist kurz noch Spitzhacki und Axt für die zwei Typen die das schaffen und irgendwie ah es geht halt nicht ok es geht nicht so so geben wir mal zuerst ähm Lumberjack Axt und ja da hat er schon gebaut der Kollege anderer Kollege so so und dann geben wir nochmal Spitzhacki Schufel könnt ihr eigentlich auch für Shit Shit Oh shit alter es war ein erde 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 creeper oh my god Shit alter oh my god das ist unerwartet jetzt habe ich gerade studiert, wo er studiert hat, was der ist was er für ein Creeper ist ja, es ist natürlich nicht gerade brutal, der Creeper aber der nervt, man jetzt muss ich alles wegnehmen egal, er kriege ich auch gerade, ist auch gut aber nützlich finde ich den Mod jetzt echt nicht unbedingt also der Mod, nein, der Creeper finde ich auch nicht unbedingt nützlich ein bisschen unnötig, oder mies finde der Mod oh shit der war jetzt ein Fail aber so passieren halt in Minecraft und ja, ich bin jetzt recht happy weil ich mein Kollege gezeigt habe wie man Minecraft installiert und alles und so, mit Texapack und so ja, wir haben gerne geholfen und ist jetzt auch gut jetzt können wir zusammen Multiplayer-Gamer und ja, ist jetzt echt geil und da ist der Miners hat äh, und wo ist das Loch mhm, ok, müssen wir noch suchen da ist es sehr schön oh my god alles alles voll Erde das ist nicht so cool und irgendwie kommen wir da nicht raus und natürlich wird noch Nacht ist ja logisch man nein oh, das nervt das nervt das nervt egal, ich bleibe jetzt einfach da auch wenn ich mich vielleicht in Selbstmord in Gefahr begegne ist mir so scheisse egal das ist ja nicht für eine Scheisse keine Ahnung man auch wenn ich mich jetzt in Form begegne nein auch wenn ich jetzt vielleicht meine Gefahren bereite oder Gefahren begeben ja, kann man so sagen, keine Ahnung ja, ich bin nicht der Hirsch in Deutsch wenn man es so gerne sagt der Hirsch ja, ja mit allen Sägen da aber boah, shit, das reizt alles voller mhm mhm schiessengleichster Mann oh, man, die Schufel gehen kaputt wie eine Minute und es rekt immer noch wie uns ähm oh, shit, Eisenalter geil cool hammer man das gefällt um Dennis das gefällt sehr gar um Dennis und ja, jetzt bin ich richtig happy auch noch mehr ich bin heute richtig happy weil ich wieder zwei Abonnenten mehr habe also ja, mit der Zeit werde ich immer berühmter freu mich wirklich sehr darüber über jeden Abonnent freu mich weil einfach das nicht selbstverständlich ist ein Abo aber wirklich, ich bin echt happy über jedes Abo jetzt habe ich bald 30 Abos und ich freu mich so und ja, danke euch die, die mich abonniert haben danke an die, die immer mal Kommentare schreiben über das freu mich auch sehr und cool war ja, ich habe auch noch Adventure Map gemacht vom Evil 183 oder, entschuldigung, die Name ist so lange einfach so irgendwie ich habe zu zweiteln mit Nummern ich bin ja, den ich habe noch gesagt ich habe noch über den den erfunden das ist der der Typ, der es erfunden hat also gemacht hat mein Agent mein Agent hat er erfunden oder gemacht wie auch immer ich meine, er hat mir sogar geschrieben dass ich es gut mache und ja wirklich ich bin ich freu mich natürlich mega alter, hat das viel Erde nur mit einem Creeper einschlag nur mit einem Creeper einschlag das ist ja extrem okay ah, jetzt kommt er erst raus okay oh, ja, ja, ja immerhin ein bisschen ähm und jetzt jetzt noch mehr Creeper jetzt bin ich schon in der Marsch ich will sagen rennen wir mal home jetzt hoffen wir noch dass wir es überleben wo ich echt kein ganzes Gefühl aber man muss auch daran glauben also, ich denke daran ja, und beim let's play adventure map map nummer 8 ist irgendetwas fail passiert irgendwie habe ich 13 minuten aufgenommen aber irgendetwas hat so 10 minuten ausgestrahlt ich habe echt keine Ahnung wie es so ist ich hoffe beim let's play Minecraft adventure map nummer 9 wird es besser sein also wird es nicht so ab also wird es nicht ein fail sein ich hoffe es klappt halt das ist weniger gut das scheisst ein bisschen an eigentlich ist echt ein bisschen scheisse man dann habe ich echt nicht will dass es nicht klappt und dort immer das Fleisch also man hat echt viel Fleisch von den von den von den Typlis ja und bin echt stolz auf den Typlis auf den Dorfbewohner und wie die heißt ja jo so essen wir kurz nochmal ein Poulet so und dann kriegen wir da auch das ähm das brauche ich nicht 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 das auch nicht das auch nicht also können wir auch gleich Brötchen da haben wir es auch so Hühnchen Steak eine gebratene Schweinefleisch und da noch das vierte eine gebratene Schweinefleisch das ist auch immer schön essen braucht man einfach immer man immer 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 Timmer